Was können wir für Bill kaufen? Warum holen wir ihm keine Uhr? Warum holen wir ihm keine Uhr? Er zieht normalerweise keine Uhr an. Er zieht normalerweise keine Uhr an. Er zieht normalerweise keine Uhr an. Wie wäre es, wenn wir ihm eine Krawatte kaufen? Wenn wir ihm eine Krawatte kaufen? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Für die Arbeit zieht er immer eine Krawatte an. Wir könnten ihm auch eine neue Brieftasche kaufen. Wir könnten ihm auch eine neue Brieftasche kaufen. Wir könnten ihm auch eine neue Brieftasche kaufen. Okay, perfekt. Seine Frau holt ihm eine Aktentasche. Das sind tolle Geschenke. Seine Frau holt ihm eine Aktentasche. Das sind tolle Geschenke. Seine Frau holt ihm eine Aktentasche. Seine Frau holt ihm eine Aktentasche. Vielen Dank.